Ubisoft Crytek Powered by CryEngine Beziehungsweise eine CryEngine Sandbox Yay, und damit willkommen zu Let's Play Far Cry Ein Spiel, das ich vor, keine Ahnung wie viel Jahren angespielt habe Als schwer empfunden habe, weil ich Kackboden bin Und ja, heute spielen wir endlich Far Cry Eine Reihe, die ich schon seit, keine Ahnung wie lange endlich mal wirklich intensiver spielen wollte Und jetzt fangen wir endlich mit dem ersten Teil an Manche sagen, ja, ja, ne, also Far Cry 1 und 2, ja, pff Machen wir gleich Far Cry 3 oder Far Cry Primal Weil wegen, da gibt's Mammuts Ist mir egal Ja, ich fang meistens mit den Ursprüngen der ganzen Reihe an Meistens, nicht immer Und deswegen auch heute, ja, mit Far Cry 1 fangen wir an unsere Displaykarriere hier in dem Far Cry Universum Und ja, gucken einfach mal, was da ausfügt Ich hab keine Ahnung, ja Wir starten erstmal eine Kampagne Wir spielen auf leicht, aus Gründen Ja, weil, wie gesagt, vor Jahren hab ich das auf leicht gespielt Ich wurde so ungenietet Also nicht gleich nach dem Tutorial Aber ein Stückchen weiter Und, ähm, ja Kann auch sein, dass ich damals scheiße war und heute besser bin Aber ich glaube nicht Gucken wir mal So, also, fangen wir an Ja, bisherige Speichepunkte werden überschrieben Ja, ja, komm, mach mal Fuck, vai 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kann man mal machen, ne? Kann man machen Oh mein Gott, ich hab den Herd angelassen! Okay, gut, ähm, ja, dann, äh, ne? Jetzt sind wir hier unter Kontrolle mehr oder weniger Jetzt können wir uns hier rumsteuern Und mal gucken, wo und was und wieso Weshalb, warum sind wir hier eigentlich, ja? Ich meine, jetzt eben, Katzin hieß es noch Ja, wir sind irgendwie von irgendwo her aufgetaucht Jetzt sieht es so aus, als würden wir einfach hier irgendwo rumliegen Weil wegen, keine Ahnung, hier gibt es nicht mal irgendwie Zugang zu Irgendwas, da ist alles flaches Gewässer Da oben sieht es so aus, als wäre man hier runtergefallen Ich hab keine Ahnung, wir gucken einfach mal, ne? So, äh, tete, 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 tete Mit der Maus kann ich mich umsehen Danke, Spiel! Damals, ne? 2004 Da war das noch nicht so üblich, ne? Da hing man eher so tot in der Ecke rum Wenn man nicht wusste, was man zu tun hat Ne? Weil man nicht wusste, dass man mit dem Maus irgendwie sich umschauen kann Das passiert schon mal Ja, und dann ist man hier jämmerlich krepiert Ich muss versuchen, von ihr wegzukommen Näh! Ist nicht wahr! In dem Spiel gibt es übrigens auch keinerlei Untertitel Sonst mache ich eigentlich immer für die Let's Plays Untertitel an Aber in dem Spiel gibt es das einfach nicht Ich musste das Spiel übrigens auch erst irgendwie auf Deutsch patchen Weil die Steam-Version tatsächlich keine deutsche Sprachigen, äh, äh, Synchronisation hatte Und deswegen, ne? Muss ich mir erst einen Deutsch patch runterladen aus dem Internet Ne? Wer jetzt sich fragt Ja, wie machst du denn das? Googlen, ne? Ich werde jetzt hier nicht auf diverse Seiten verweisen Guckt euch selber um So, und das ist die Außenwelt Die wir sehr bald betreten werden Wo ich in der Vergangenheit bereits sehr oft gestorben bin Weil ich scheiße bin Es sieht auf jeden Fall wunderschön aus Und ich finde für 2004 Verhältnisse Ist die Grafik Leider geil Also, wirklich Sieht, wenn ich jetzt hier auch so rausgucke Auch aus heutigen Verhältnissen Gar nicht so scheiße aus Ne? Ich meine, klar hier So ein bisschen matschige Textur und sowas, aber Es ist Es ist nicht so schlecht gealtert, wie ich finde Ich meine, das Spiel hat jetzt immerhin 13 Jahre auf dem Buckel Ne? So wie der hier Der hat auch 13 Jahre auf dem Buckel Im Totenzustand So, ähm Ja, und jetzt hier die Leiter hoch Das wird schon Irgendwie Glaube ich Ähm, so Hoch Hör zu, du Drecksack Wir suchen nach einem Spinner in einem roten Hawaii-Head Wenn du ihn siehst, meldest du mir das Haben wir uns verstanden? Ja Ja, Sir Ich bin jetzt weg Okay, er ist weg Um ihn müssen wir uns nicht mehr kümmern So, drücken sie zum späten Q oder E Um um Ecken zu schauen Uh, uh So laufe ich einfach die ganze Zeit immer durch die Gegend Ne? Q und E, Q und E, Q und E, Q und E Bis man schwindelig wird Uh, uh Real-Life-Simulator Okay Oh Es gibt keinen Weg zurück Gut Unten rechts haben wir übrigens auch Lebensleiste Und eine Ausdauerleiste, wenn ich mich nicht irre Ja, genau Die nimmt ab, wenn ich hier sprinte Ich kann auch rückwärts sprinten, ja Es gibt nicht viele Spiele, wo man einfach rückwärts auch sprinten kann Aber dieses ist eines davon So, mach mal die Tür auf hier So, man da Hallo? Hören Sie mich? Ne Nehmen Sie das Funkgerät Ich weiß, dass Sie da sind Ich hab Sie beobachtet, seit Sie mit Valia angekommen sind Wer sind Sie? Ich bin der, der Ihnen das Leben retten wird Nennen Sie mich einfach Doyle Warum sollte ich Ihnen trauen? Nun, ich habe Sie nicht verpfiffen, oder? Obwohl das Funkgerät über einen Biosensor verfügt Und ich die ganze Zeit über gewusst habe, wo Sie stecken Guter Einwand Reden Sie weiter Hören Sie Sie müssen von dort verschwinden Ich helfe Ihnen, aber es bleibt nicht viel Zeit Es gibt dort einen Ausgang, der zu einem Lager führt Seien Sie vorsichtig In dieser Gegend wimmelt es von Selten an Bevor ich's vergesse Mein Name ist Jack Carver Das ist eine wichtige letzte Information Bevor man auflegt Ah ja Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine tolle Waffe Mit der linken Maustaste kann ich schießen Mit der rechten Dann kann ich gedrückt halten Dann kann ich hier so ein bisschen Randzoomen Ne? So halbe Kimme und Korn Ne? Also eigentlich eher weniger Kimme Weniger Korn Einfach nur ein bisschen Randzoomen Ne? Ne? So Soweit ich es mitbekommen habe Rennen Sie da in einem roten Hemd rum Suchen Sie sich lieber eine Schutzweste Oder sowas Damit man sie nicht so leicht entdeckt Irgendwas stand hier gerade Ich hab's noch nicht gesehen Egal Ähm Eine Weste Da haben wir eine Weste Die orangefarbene Panzerungsanzahl Gibt an Wie viel Panzerung Ihr noch bleibt Derzeit relativ viel Wir laden mal nach So und dann gehen wir hier durch Hallo Ne das klingt ja hervorragend Da ist auf jeden Fall so ein toller Hubschrauber Das wird super Das wird doll Das wird Ich hab keine Ahnung Okay Na auch die Flora und Fauna hier Ne? Also mehr Flora Weniger Fauna Weil ich sehe hier keine Tiere War doch da auch gut Bleiben Sie in Deckung Und vermeiden Sie es entdeckt zu werden Sie wollen doch bestimmt nicht Dass die Wachen auf Sie aufmerksam werden Na ja Oh Da komm ich jetzt aber so nicht ran Bestimmt Kann ich Kann ich Kann ich Ich war es nicht Erstmal gleich alles kaputt machen Hallo Hallo Ich mag es fest an die Luft zu jagen Selbst wenn ich direkt daneben stehe Weißt du Wir hatten jetzt hier auf mich geschossen So will es das Thema nicht entdeckt werden Hm Das üben wir nochmal Ups Ups Wie gesagt Ich hab das Spiel sehr schwer in Erinnerung Sehr schwer Weiß gar nicht Wir hatten glaube ich auch die Option Ähm Den Schwierigkeitsgrad per KI einzustellen Aber ich glaube dazu müsste ich das Spiel neu einstellen Ähm Ne das machen wir nicht Oh Wir haben auch eine Machete Okay Was haben wir hier Boah Geil Salami Salami Okay Auch ein gutes Versteck hier Aber Ich muss mich nicht verstecken Es ist ja nicht Outlast Ne So Okay Aber ich glaube hier kommt jetzt sonst niemand mehr Ich glaube hier sind alle tot So Was hast du denn fallen lassen Nett Keine Ahnung M16 oder sowas Frag mich nicht Also ich glaube in Contest 2 War das eine M16 ungefähr Oder war es Left 4 Dead Ach ich weiß auch nicht Jedenfalls Maschinengewehr Ja Das ist so eine Waffe Die verstehe ich Dass es draufhalten bis tot ist Ja Die ist so eine Pistole Pff Könnte jeder kommen Kann ich das Kann ich das Ich kann es nicht kaputt machen Okay Versuch war es wert Aber eher nie Okay Was liegt hier denn sonst noch so schönes Messerchen Pfannen Gedöns Hm Ist das ein Medipack Nein Das kann ich nicht mitnehmen Bananenkarton ohne Spinnen Ich habe Ihren Kompass mit dem Empfänger synchronisiert Ab jetzt steht Ihnen eine provisorische Peilmarke zur Verfügung So wissen Sie wenigstens ungefähr in welche Richtung Sie gehen müssen Aha Wir können auch einen Feuermodus umstellen Interessant Wir können dreifach schießen Wir können auch einfach schießen Nett Munition verschwendet Munition verschwendet Ja 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 So auf jeden Fall habe ich jetzt auf einem Radar so einen leichten Punkt wo ich hin soll Da hinten wahrscheinlich hin Ich weiß auch gar nicht inwieweit hier schon die Ubisoft Formel gegriffen hat dass man hier wirklich sehr viel die Open World erkunden muss und soll und kann und tut und tun Aber So ein bisschen umschauen ist glaube ich gar nicht mal so verkehrt Allein wenn man irgendwie Munition finden muss oder so Okay Ein Rotor Problem bei Hubschraubern Ist natürlich jetzt mega wichtig Ein Fernglas Wie benutze ich denn das? Das wurde mir jetzt nicht gesagt ne? Äh nein 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 Gucken wir mal kurz hier Ähm Was habe ich noch für Tasten? Gehen zum Lager Ja ne Ähm Es ist nett dass man das Spiel jetzt das nicht sagt Was sagt denn die Steuerung diesbezüglich? Ähm Option Steuerung Ähm 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 Multiplayer Ähm ne da sind wir nicht Kampf Granatwerfen mit G Okay Ähm 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 Ne Steht jetzt hier tatsächlich nicht so wirklich Hä? Achso Belegung 2 Achso Belegung 2 Ach das wäre einfach nur Ach okay Okay Ne Ich habe keine Ahnung Wäre es natürlich toll wenn ich jetzt wüsste wie ich jetzt das Fernglas auch benutzen kann Das würde mir dann halt das Spähen ermöglichen Maus 4 Vielleicht Virtuell Ich habe Fallschaden gekriegt Das ist doof Ähm Ich hasse Fallschaden Hm B Ah Ah Okay 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 Wir haben halt mindestens 3 Ziele Die wir alle ausschalten müssen wahrscheinlich Sonst ist hier jetzt nicht so viel Ja ich würde sagen wir erledigen erst hier nach oben in den komischen Turm Bevor wir sonst irgendwas machen Aber ich glaube der ist schon Kann wahrscheinlich ziemlich nerven weil er eine relativ hohe Aussicht hat und sowas Und wir gucken mal Erstmal hier ne Durchschwimmen müssen geht nicht mehr Spielen wir im weißen Hai nach Gibt's ja Haie Ja ja Warum ist denn die Ische in Gefahr ich meine die ist doch weggedüselt mit dem Ähm Naja sag schon Achso das war das Speichern Symbol was da gerade kam Die ist auch mit dem Ähm Jetski hat jetzt beinahe gesagt da abgedüst Aber Nö Okay Die ist wohl auch hier irgendwie in Gefangenschaft Weil wegen Weil wegen Baum ausged 함 ist der hundern Ja 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 da